Musik Mit der Fünft, Leon Sankke, mit der Neuen Timo Schwung, mit der Sechs, Martin Lukaschek, mit der Siebzehn, Dennis Kühl, mit der Sieben, Toni Fuchs, mit der Elf, Robert Lesny. Das Feste kommt zum Schluss. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an Jürgen Decker, unserem Trainer. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Die fänden sich das genau, was wir bei unseren Oma sehen. Ja, 0-0 noch. Meinst du, bei 0-1 verliert man ein Spiel, wenn es nur nach 19 Minuten steht oder wie? Ja, das hat das hier. Ja, da müssen wir nicht da rüber. 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 Ja. 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 Ja, ja, ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020